Fünf langen Winter. Du hast dich vor der Welt versteckt. Ich mache wieder Krieger aus dir. Wie? MI7 will, dass du mit nächster Maschine nach London fliegst. Der größte Spion der Welt. Mein Name ist English. Johnny English. English ist zurück. Und gefährlicher als je zuvor. Sie waren zwar einige Zeit fort, English. Vergessen haben wir sie allerdings nicht. Sie haben diese Abteilung schon einmal zur Zielscheibe des Spots gemacht. Aber nicht mit mir, klar? Sir, der Chinamann mit der Brille. Kontakt. Na, und? Psst, Ihre Großmutter ist krank. Sie ist so krank, dass sie bereits tot ist. Er ist ein Kampfsport-Experte. Ein Meister in der Kunst der Tarnung. Und ein Agent, der stets die Kontrolle behält. Sie wissen, wie man sowas fliegt, Sir? Sowas verlernt man doch nicht. Doch jetzt trifft er auf seine größte Herausforderung. Es gibt ein Komplott für einen Anschlag auf den Premierminister. Die Zeit drängt. Wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Englisch. Geben Sie mir 24 Stunden. Noch in diesem Jahr. Mein Land braucht mich. Das ist Johnny English. Denen zeigen wir mal, dass wir so draußen haben. Schlägt der beste Mann. Der Secret-Charves zurück. Oh, Johnny. Das ist der Killer aus Hongkong. Die lache ich kalt. Ich hab sie. Die alte Hexe. Sie ist der Killer. Das ist meine Mutter. Omi. Johnny English. Jetzt erst recht. 2011 im Kino.